Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Fantasia. Letztes Mal sind wir wieder durch die Wüste gelatscht und... Edward, dieses Jao, ich kennt ihn. Ja, der kam hier vorbei, um nach Baselistenpanzer zu suchen. Die werden für medizinische Zwecke benedigt, oder? Ja, aber sie sind noch nicht so leicht zu bekommen. Es besteht immer die Gefahr von einem Baskelistenwäldchen zu steil verwandelt zu werden. Was ist denn der Basilisk? Sie sind die mit Abstand gefährlichsten und einsamsten Kreaturen, die in der weiten Wüste leben. Sie sehen aus wie eine Art Kreuzung aus Echse und Fisch und haben sehr scharfe und lange Zähne. Das Gefährlichste ist, dass sie mit einem einzigen Glück Menschen versteinern können. Das Beste wird sein, wenn ihr euch einfach von ihnen verneutert. Habt ihr Baselistenpanzer? Das sind noch nicht genug. Ihr müsst mindestens 5 oder 6 Stück... Ich mache einen kurzen Schnitt und sammle die Basiliskenpanzer. Das wird so bescheuert. So, da bin ich wieder... Ich habe zwar weiter aufgenommen gehabt, wollte aber den Rest rausschneiden und nach mehreren Minuten, also ich glaube nach 7 Minuten oder so, da habe ich die Aufnahme abgebrochen. Beziehungsweise... Den Anfangsteil der Aufnahme werdet ihr sehen. Den Rest werde ich wegschneiden. Weil im Ernst... Das hat jetzt keine Ahnung wie lange gedauert. Ich habe ein paar Level erreicht, ich habe eine Attacke gelernt. Das Sturmschild, eine Barriere schaffen, die der Gegner nicht brechen kann. So, und ich habe... Basiliskenpanzer. Ich habe auch die ganze Zeit mit der dunklen Flasche herumgerannt, was eigentlich ganz gut war. So, einen Kampf möchte ich aber. Ich sagte einen Kampf. Ja toll, jetzt hält die Flasche so lange, obwohl sie es nicht soll. Naja, egal. Okay, die Technik ist scheiße. Hau ab. Gut. Das Problem ist, ich kann keinen Phoenix gegen die einsetzen. Du, deinem... Wehe. Gut. 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 Ich kriege mit diesem Sturmschild, das bringt gar nichts. So. Technik... Klingstử resources kann ich auch vergessen. Ich nehme das ein美味ziehend und Tigerbiss. 91. Geil! Ich weiß, ich bin ziemlich am Ende... Ah, da habt ihr noch mal gesehen, welches Level die hatten. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, verdammt. Also da oben war der Ausgang, ja gut. Wo waren das eben? Hier? Ob die besiegelsten Panzer? Ja, umsonst übernachten, geil, danke. Gut, das heißt, ich habe jetzt genug Basilistenpanzer. Das wird man euch da sehen. Na dann... Das ist aus wie Runglomb, glaube ich. Das hat aus, dass diejenigen wie Panzer der Baselisten gesammelt haben. Jawohl, hier sind sie, Herr Morrison. Äh, ich kann beide gleichzeitig nicht machen. Herr Morrison? Oh, Rückblende! Genau, sein Nachname ist Morrison. Wann guckt er ihn so verdutzt? Äh, äh, ähm... Edward, Runglomb hat uns geschickt. Er meinte, wir sollen mal mit dir sprechen. Runglomb? Ja, da habt ihr ja wirklich einen langen Weg hinter euch. Was kann ich denn für euch tun? Am besten, wir setzen uns erst mal. Das könnte ein Märchen dauern. Und Archie ist die Einzige, die am Bett sitzt. Oder vielmehr neben dem Bett, am Bett, gelehnt. Ach ja, dann wart ihr also die... Dann wart ihr das also. Ihr habt Prinz Charles von Alvinista geregelt. Genau, das waren die. Ja, dann ging das Ganze ja doch noch gut aus. Aber wegen der Ringe. Hast du eine Ahnung, wie wir sie reparieren können? Wie wir die reparieren können? Also, diese Ringe wurden vor langer Zeit von den Zwergen gemacht. Und dieser konnte niemand Items mit einer ähnlichen starken magischen Kapazität wie die Zwerge fertigen. Das heißt, dass Repliken dieser Ringe nicht in Frage kommen. Du hörst dich nicht besonders optimistisch an. Ihr könnt ja mal in Valdeimir gehen und die Elfen dort im Rat fragen. Aber der Eintritt ist für einen Menschen doch verboten. Und Glung kann euch sicherlich einen Passierschein aussenden. Passierschein A8 und A39 auf einmal. Wie im neuen Rundschreiben B65 jetzt gelegt wurde. Ich verstehe. Der zurück in das Haus das Verrückte macht. Wer es alles nicht kennt, ähm, Asterix erobert Rom. Ein toller Film. Aber alle Asterix, alle Asterix-Filme sind toll. Äh, Asterix bei den Wikingern, der ist nicht ganz so ein... ...Drom. Aber naja, trotzdem gut. Ich kann euch nicht genug für diese Panzer danken. Für mich ist das mittlerweile ein bisschen zu gefährlich, sich selbst einzusammeln. Wenn ihr bereit seid, daraus gegenüber zu treten, dann sucht mich bitte auf. Auf der Festung Midgard auf. Tschüss. Aha. Hey Morrison, warten Sie. John Morrison, hallo. Was ist denn noch? Haben Sie jetzt so vielleicht einen Sohn, der John heißt? Der WWE Superstars? Ähm, Wrestler meine ich. Bitte, schauen Sie sich das an. Ich würde, das könnte Ihnen nützlich sein. Das ist aber ein altes Buch. Was stehen denn drinne? Drinne? Ja, deutsche Übersetzung. Ich weiß, ich sollte froh sein, dass es überhaupt eine deutsche Übersetzung von dem Spiel gibt. Aber sie ist teilweise sehr seltsam gewählt. Eine seltsame Ausdrucksweise. Das sind ja meine Notizen und meine Unterschrift. Thornyx, die Morrison, hat es mir gegeben. Thornyx? Seinen Namen kenne ich in der Familie Morrison nicht. Sie können auch nicht kennen. Er wurde ja noch nicht einmal geboren. Er ist der Enkelsohn. Ich kenne ihn, weil ich in dieser Zeit geboren bin. In ungefähr einem Jahrhundert. Dann ist die Zeitreise wirklich möglich? Ich war gerade drauf und dran, meine Vorstellung aufzugeben. Sie dürfen nicht aufgeben. Sonst könnte ich niemals hier sein. Das ist nicht in Ordnung. Du darfst mir nicht mehr über meine Zukunft erzählen. Sie werden einen Enkelsohn bekommen. Und ihre Frau wird sterben bei der Geburt und... Egal. Keine Ahnung, ob seine Frau noch lebt. Warum denn nicht? Ja... Er ist mal wieder dummer vor dem Herrn. Achy? Es gibt... Achso, das sagt man. Achy, es gibt etwas, das ich dir noch nicht erzählt habe. Es geht um Wolf und mich. Wir sind ein Jahrhundert in die Vergangenheit gereist, um in diese Epoche zu kommen. Eigentlich kommen wir beide aus der Zukunft. Warte mal, meinst du etwa, dass... Ja? Ich 100 Jahre älter bin als du? Ja... Edwards Nachkommen bei Tornix war derjenige, der uns hier... Hier... Hier hingeschickt hat. Und warum ist hier keine Musik? Das irgendwie... Weiß ich nicht... Fahrt. Also langweilig. Oh! Rückblende! Wie Daraus seien zwei Monden, die um ihn selbst kreisen, weil er sich selbst für einen Planeten hält. Weil es bereits über Ereignisse überscheidet, die in meiner Zeit noch nicht passieren werden. Niemand sollte zu viel über sein eigenes Schicksal wissen. Das einzige, was daraus resultieren kann, ist Faulheit oder, schlimmer noch, Hoffnungslosigkeit. Ich denke, es wäre am besten, wenn du ab jetzt davon abziehst, mir von meiner Zukunft zu erzählen. Ich glaube, Sie haben recht. Ich werde jetzt meinen Mund halten. Vielleicht hat allein Orangia seit in dieser Zeit die Geschichte bereits verändert und unsere Wälder vor einen Weg vor neue Möglichkeiten und Chancen geschickt. Aber es kann sein, dass die Zeit näher verläuft. Beschützt vom Schicksal. Das weiß niemand so genau. Herr Mäusen, wenn wir bereit sind, es mit daraus aufzunehmen, werden wir sie in Midgard treffen. Habt ihr schon einen Weg gefunden, in eurer Zeit zurückzukehren? Auch nicht. Zuerst müssen wir uns um daraus kümmern. Ich werde versuchen, noch einiges mehr über die Zeitrasse herauszufinden, bevor wir uns wiedersehen. Und glaube ich, ich kann nicht glauben, dass ich kurz davor war, aufzugeben. So dürfen wir nicht aufgeben. Vielen Dank, Wolf. Du hast mir neue Hoffnung und neue Kraft gegeben. Das kann ich auch mit meiner Forschung weiter machen. Wir müssen zurück nach Albanista. Wir brauchen eine königliche Erlaubnis, um in beide in mir die Elfen treffen zu können. Jaaaa! Ok, ja, bin ich geheilt? Ja, bin ich. Gut, zurück nach Albanista! Zum Glück muss ich jetzt nicht mehr gegen diese Basilisten kämpfen. Moment. War jetzt der Hafen da, oder? Ja. Mittlerweile sollte ich jetzt mehr als genug Geld haben. 43.000. Das war mir blablablabla. Ja, tschüss. Dass ich immer so knapp bei Kasse bin in diesem Spiel. Ich sollte mir endlich mal bessere Handschuhe kaufen für meinen Helden. Er will mir noch so Leder... ...dinger in den Griffen. So, Albanista war da links. Nicht wahr? Ich hoffe es. Der stört hier meinen Schlummer. Osprey und Kobel. Au! Und einsetzen, damit es gelevelt wird. Jaaaa! Spägelin, so danke, brauche ich nicht. Tschüss! Der Wind geht immer noch. Ah! Albanista, Albanista, Albanista! Bitte, 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 bitte! Yes! Die Musik ist geil! Heilige Flasche, ja. Ist das sonst noch irgendwas? Paralysation. Gift und Flasche. Hm, da gebe ich wieder mein ganzes Geld aus, mein schönes... Ne, Moment! Ein bisschen Geld muss ich mir aufheben. Ich brauche bessere Handschuhe. Ich muss mir einen Rüstungsladen. Schwerter... Da! Hier haben sie ziemlich die beste Rüstung. Da! Schützernschuhe! Ja, ich weiß, ich vergesse es jedes Mal. So! Jetzt weg mit diesen Dingern! Wow! Holy Shit! Jetzt geht's ab hier! Was habe ich denn sonst noch? Marmeehelm, Brustpanzer... Da habe ich einen besseren Helm hier. Die Musik ist toll! Okay, für Archie. Panda-Machend. Ein bisschen mal... hinringen. Schwarzer auch nix. Sollte ich nicht. Ich glaube, ich nehme dir mal die Turbestiefel weg. Ich muss der stattdessen irgendwas anderes erst mal geben. Da Talisman. Weil... Nein! tausche ich nämlich meine... meinen Mentalring und die Turbestiefel aus. Dann gebe ich die den Mentalring. Wo ist er denn? Da! Na ja, steigert andere Fuß so ein bisschen. Nicht schlecht. Die Musik ist toll! So, dann hier nochmal pennen gehen. Ja! Dann wieder zurück zum Schloss. Und... Und... Dann wieder in die Gilder der Abenteurer. Und überall hin. Ja! Laut! Leckt mich doch! Warum? Ich kann froh sein, dass ich bei mir den Sound nicht so laut habe. Na ja, egal. Hallo! Unglauben, kann ich dich mal sprechen? Natürlich. Warte schon bei Edward. Kann mir dafür... ausgehen? Ist nicht schon hier. Kann ich glauben, dass es Edward wirklich mit Dars aufnehmen will. Ich brauche eine Erlaubnis, um den Wald der E-Mail betreten zu dürfen. In Ordnung, aber der Papierkamm wird bestimmt einen Tag lang dauern. Ich halte es im Kopf nicht aus. Ich halte es im Kopf nicht aus. Und jetzt ist nicht die Musik schön. So, nochmal Penn, danke. Wir faulenzen jetzt den ganzen Tag rum. So. Ja, ich habe schon wieder ver- Mein Gott! Warum merke ich es mir nicht mal, dass die Musik hier laut ist? Aber nur, es ist du, 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 du! Gott! Danke, Tate of Fentesia, als du mir jetzt antust! Sag mir, dass es so lange gedauert hat, du musst dir das hier auf die Brust heften. Aber denk dran, auch wenn du das kündliche Siegel Avanistas anzuträgst, wenn die 11,5-11 wahrscheinlich nicht erlauben, den Wald zu betreten. Das kündliche Siegel Avanistas halten. Ja, damit ins Wald der I-Mit zugelangen müsste, einfach über die östliche Brücke gehen, dann sobald es geht nach Süden und Richtung Nisten. Also sprich, ein U, ein liegendes U, also so eine Klammer zu vielmehr. So. Ist nicht verwirrt. Halbelfen? Du meinst, wie ich? Sorry, Archie, das ist schon in Ordnung. Ich werde einfach hier im Hotel warten und ein bisschen faulenzen. Ich komme dann morgen zurück. Und ich wette, sie rennt mir hinterher wie ein junger Hund. Ah, schöne Musik. Wetten? Es war so klar. Archie, oh, du bist so dumm. Sorry, aber... Ich will nix beleidigendes sagen gegen die Frauen als ich, aber Archie ist grad so dumm im Kopf. Warum bleibt sie nicht einfach da? Ah. Ah. Kacke. Sorry, Archie, aber du bist grad echt verblödet. Mhm. Oh. Leck. Ich gucke mich doch am Arsch, du Arsgeier. So. Das ist was. Ich werde wieder mal eine Flasche hier nutzen. Ich habe keine Lust, hundertmal in die selben Gegner reinzurellen. So. Ich kann Offscreen trainieren, wenn es für nötend ist. So, hier irgendwo. Da. Das wird er sein. Perfekt. Was seid ihr? Ich fürchte, dass ich nur elf mehr durchlassen kann. Bleiben die Genehmigung mal hoch halt. Hier. Das könnt ihr hier sehen. Ja. In Ordnung. Bitte, ihr dürft passieren. Alles klar. Woho. Hängebrücke. Ah, jetzt habe ich ja die Technik. Oh, Ifrit. Oh, stimmt ja. Ich habe jetzt minden nicht mehr. Oh, Ifrit macht Schaden. Jawohl. Komm. Noch mal. Ifrit. Los. Du's. Ifrit. Nimm. 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 Nimm einen Apfel und noch einen Apfel. Ich habe einfach mal André geesst. Zerhupft. Ist gar nichts. Danke. Lass mich in Ruhe, komisches Mistvieh. Mistvieh! Leck mich doch. Oh, ich werde umzingelt. Verpisst euch. Äh, nein, nein. Oh, du leck mich doch. Ich hoffe, ich habe was, um das wegzumachen. Logisch, dass Max Willi so, ich könnte von euch noch abhauen als Stein oder wie. Heil mal bitte. Was will. Bums. Bums und Bums. Ja, leider bin ich eine Steinstatue der Azteken. Warum heilst du mich nicht mehr? Du bist so... Ich scheiß drauf. Ja, ich bin eine Steinstatue der Azteken. Eine Heilflasche. Ja, 15 Stück zum Glück. Oh, das kann ja ein ganz lustiger Kampf für ihn. Da kämpft viel mehr. Sackgasse. Was ist denn los? Hund. Ja, ist gut schaden, ist richtig gut schaden. Dieser Phönix ist geil. Apfel und japanische Apfel. Nein, die Flasche ist wieder leer. Ich tötte Dich. Jetzt tötte ich Dich. Angeflogen, Sprender Phönix in den Rücken. Einen krassen Schnabel. Ne, Moment, bevor ich es vergesse. Ist das eine Sackgasse? Doch! Shit! Nein! Oh Gott, Labyrinth. Du dreckiger... Max will. Kill sie, bitte. Danke, der eine ist tot. Danke, der zweite ist auch tot. Hä? Du Hund. Das magst Du nicht nochmal. Oh. Klaas. Jetzt kannst Du in Deinem Spitter, in Deinem Buch nix mehr lesen. Zum Glück habe ich viel von diesen Haarflaschen. Ein und small, bitte. Danke. Ich lass Dich aus. Mach was! Oh! Scheiß Geäst. Danke. Wenn ich Dich erwische. Lass Klaas im Ruhe. Ich lass Dich aus. So. Phönix-Gemeister, Seelenfeuer kann benutzt werden. Ja! Ich werde Dich gleich mal nutzen, obwohl der Phönix geil ist. Seelenfeuer ist bestimmt besser. So. Danke. Bin ich denn da? Ah, da gehts noch mal ein... Nein, jetzt hast Du einen fest. Fuck. Oh. Nicht. Aha. Labyrinth. Traum. Los mal. Archie ist irgendwie... ...mein ich nicht. Wendel, danke. Leck mich doch im Arsch. Toll! Wie hieß das? Könnt ihr dir mal Klaas in Ruhe lassen, ihr Wichser? Sorry, aber... Du hast es abgewertet... Scheiß... Typ... Wind, bitte heil uns. Der Kampf gegen die Viecher ist ja ätzend. Danke. Ich rastlack aus! Sag mal! Jetzt haut die Feige sau ab! Klaas ist... Oh oh... Lass sie in Ruhe! Das ist nicht wahr... Oh... Der Kampf gegen diesen Wichser ist ja... Kacke ohne Ende. Sorry, aber... Die regen mich so auf. Fragezeichen auf... Danke bitte zeigen was krasses. Oh... Oh... Und Flasche, wo ist sie denn? Langschwert, leck mich doch! Arsch! Hm... Was hieß Klaas? Ich meine, ich hätte etwas Rosanes hinter dem Baum dort gesehen. Vielleicht hast du aber was nicht mehr eingebildet. Könnte schwören das... War doch klar... Sammeln wenigstens die Truhe da rein. Archie verbockt mal wieder alles. Ey... Wir dürfen da helfen im Rhein. Haut ab, wo immer ihr auch herkommt. Schaut euch bitte mal dieses Siegel an. Wir können... Komm mal im Auftrag des Königs von Arvanista. Wir werden gern mit eurem Oberarzt sprechen. So, dann ist das Siegel. Einen Moment bitte. Mhm... Hallo... Toll, jetzt habe ich... Jetzt habe ich denen schon so eine Stimme gegeben. Hallo... Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Mein Name ist Trambert. Ich bin so eine Art Anführer hier. Ich heiße Klaas und das See sind Wolf und Mint. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich muss euch mal etwas fragen. Bitte schaut euch diese Ringe hier mal an. Das sind Ringe, mit denen man mit nun zu magischen Seele eingehen kann. Allerdings scheinen sie kaputt zu sein. Die funkeln so schön. Dann sagt er uns, wir würden hier jemanden finden, der sich vielleicht halt bei mir könnte. Der zu Mist wird zu Felsen in Heimdals geht. Besorgt euch alles, was ihr für einen Tagesmarsch braucht. Und kommt dann zu mir ans göttliche Ende des Dorfes, wenn ihr fertig seid. Ja, ich weiß, ich habe den Text schon weggemacht. Obwohl ich... Ja, ihr wisst schon. Hallo? Der Zimmer! Haha! Nee, danke. Doch nicht. Ich bin verstecken. Eigentlich habe ich keine Lust, jetzt jeden anzulabern. Ich habe so viel Fressen bekommen, wo ich gegen diese Basilisken und so weiter gekämpft habe. Das ist verschlossen, jetzt bestimmt ein Lagerraum auch so. Mhm. Okay, da steht er schon. So, wie hieß der? Rambert? Rambart? Willkommen! Ja. Wenn diese müsste nicht so scheiße teuer wären. Das sind die Angebote. 15,15. Komm. Lebensflasche, ja definitiv. Ein Teilflaschen, ja. Was habe ich sonst noch mit 10 Flaschen? Nee, das schwächt mich doch. Braucht ihr noch eine Plastiktüte? Wie viel war eine Witze? 100% Ursache. Danke. Lebenserwartung der Elfen. Verglichen mit der eines Menschen ist die Lebenserwartung der Elfen sehr lang. Es liegt nicht nur an ihrem gesundheitsbewussten Lebensstil, sondern auch umgehen. Spitzerschattung der Generation. Ein Stück ihrer Witzung voran. Elfen entwickeln sich aber langsamer weiter als andere Lebewesen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass kurz vor dem Ende... Das kurz vor dem... Das kurz vor dem... Das kurz vor dem Ende ihres Elfationskreislaufes stehen. Dass SIE kurz... Dass SIE kurz vor dem Ende ihres Elfationskreislaufes stehen. Also... Beinahe so perfekte Mücken sind. Jaha... Überhaupt nicht... Schleimerhaft. Kann nicht irgendwo so... Safen? Das ist nicht... Bei Ernst, oder? Ich wollte jetzt eigentlich den Part Schluss machen, wenn ich ehrlich bin. Scheiße... Was mache ich jetzt? So, da und so... Wie, was? Ich verkaufe mir Bogen an Bogenschützen. Aha... Ich habe keinen Bogenschützen bei mir dabei. Da war mal Chiss, aber der... Der ist jetzt nicht mehr. Das ist ein Traum auf der Tag. Ja, so Traum oft. Ich will jetzt einfach nicht mehr zurück zu den Examen. Hmmmm... Was mache ich jetzt? Um ehrlich zu sein bin ich auch schon ein bisschen zu müde, als dass ich jetzt noch eine Folge aufnehmen könnte. Das wollte ich nicht. Egal, dann werde ich hier den Part benden und werde dann gleich noch eine Folge aufnehmen. Weil ich nicht speichern kann. Toll, nicht wahr? Das war Tales of a Tasia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.